Herzlich Willkommen zu unserem Posaune-Podcast von jedem Wortleben. Eine jüdische Frau, die den Holocaust des Zweiten Weltkriegs überlebt hat, erzählt eine ernüchternde Geschichte. Sie hatte in ihrer Zeit in den deutschen Konzentrationslagern viele schreckliche Dinge miterlebt, mehr als viele Menschen in ihrem Leben verarbeiten können. Eines Tages sah diese Frau, wie zwei kleine jüdische Jungen von einem Lastwagen fehlen, der sie irgendwo hinbringen sollte. Ein Nazi-Soldat hob sie auf, schlug sie gegen den Lastwagen, bis sie bluteten, hob sie auf, barf sie zurück auf den Lastwagen und schickte den Lastwagen auf den Weg. Das war der Tag, sagte diese Frau, an dem sie aufhörte, zu Gott zu beten. War diese Frau mit ihrer Entscheidung im Recht? Ist es nicht fair zu fragen, wer ein liebender, ermächtiger Gott solch entsetzliches Leid zulassen könnte? Wie kann das die Welt Gottes sein? Nun, denken Sie an die Milliarden von Menschen, deren Leben auf tragische Weise durch Krieg, Gewalt, Krankheitsepidemien, Hunger und Unterernährung beendet wurde. Denken Sie an die Milliarden von Menschen, die ein unerfülltes, unglückliches Leben geführt haben. Wie kann Gott so etwas zulassen? Warum endet er dies nicht? Von allen Bereichen des menschlichen Wissens soll die Religion am besten in der Lage sein, solche schwierigen Fragen zu beantworten. Aber wenn wir die Antworten untersuchen, die die Religion gibt, sind wir noch verwirrter. Bedenken Sie, die meisten Religionen lehren, dass diese Welt die Welt Gottes ist. Die Religion sagt uns, dass Gott heute versucht, die Welt zu bekehren. Was sonst sollte die Bemühungen von Missionaren und Evangelisten motivieren? Religiöse, Jugendbewegungen und Kirchenfahrten, Kreuzzüge, Inquisitionen und heilige Kriege, früher und heute, der Eifer, Menschen für Gott zu gewinnen, würde fast verschwinden, wenn es nicht die Vorstellung gäbe, dass nur diejenigen in den Himmel kommen, die sich von ihrem Tod zu einer bestimmten Religion oder einem bestimmten Glauben bekehren. Aber denken Sie an die Milliarden, die in den letzten 6000 Jahren gelebt haben und gestorben sind, ohne Christus zu kennen. Wenn Gott jetzt versucht, die Welt zu retten, muss er kläglich versagen. Wie könnte ein gerechter Gott zulassen, dass so viele auf der Strecke bleiben und nie eine Chance auf Erlösung haben? Doch das ist es, was das Mainstream-Christentum uns glauben machen will. Dass die Milliarden, die gestorben sind, ohne Christus zu kennen, niemals eine Chance auf die Erlösung haben werden. In Galater 1, Vers 4 bezeichnet der Apostel Paulus das Zeitalter, in dem wir leben, als die gegenwärtige böse Welt. An anderer Stelle bezeichnet Paulus Satan den Teufel als den Gott dieser Welt. In 2. Korinther 4, Vers 4 ist das zu lesen. In Offenbarung 12, Vers 9 sagt der Apostel Johannes, dass Satan die ganze Welt verführt. Wenn Gott jetzt gegen Satan kämpft, um diese Welt zu retten, zeigen diese vielen Verse, dass Gott den Kampf verliert. Ist es das, was heute geschieht? Um wahre Antworten auf diese Fragen zu erhalten, müssen wir unsere vorgefassten Meinungen und Vorurteile beiseite lassen. Wir müssen alle Ideen, die wir erfunden haben, aufs Eis legen. Wir müssen Gott für sich selbst sprechen lassen. Gott hat uns nicht ohne Antworten gelassen. Er offenbart in klaren und deutlichen Worten, warum die Welt so ist, wie sie ist und was er heute tut. In diesem Artikel werden wir sehen, dass Gott den Kampf gegen Satan nicht verliert. Der Mensch schon. Aber Gott lässt es zu, damit der Mensch durch seine eigene tragische Erfahrung eine Lektion lernt, die er nie vergessen wird. Die zwei Bäume. In seinem ursprünglichen Schöpfungszustand war der Mensch körperlich eine vollkommene Schöpfung. Geistlich jedoch unvollendet. Gott bot dem Menschen seinen heiligen Geist an, der in Verbindung mit dem menschlichen Geist die geistliche Schöpfung des Menschen verendet hätte. Und das wissen wir von Römer 8,16 und 1. Korinther 2,9-11. Doch Adam lehnte Gottes Geist ab, als er seiner Frau folgte und von dem Baum die Erkenntnis des Guten und Bösen aß. Die meisten Menschen sind mit der Geschichte von Adam und Eva vertraut, haben aber ihre wahre Bedeutung nicht verstanden. Es geht nicht um zwei Obstbäume, es geht um zwei Lebensweisen. Der Baum des Lebens steht für ein Leben nach Gottes Willen, das von seinem heiligen Geist geleitet wird. Indem er Gottes Geboten gehorchte, hätte Adam vom Baum des Lebens Essen und Gottes heiligen Geist empfangen können. Das wissen wir von Apostelgeschichte 5,32. Dies hätte Adam die Kraft gegeben, wie Gott zu denken. Eine gottgefällige Beziehung zu seinem Schöpfer und zu seinen Mitmenschen zu haben. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse stellt den Weg Satans dar. Indem Adam und seine Nachkommen von diesem symbolischen Baum nahmen, unterwarfen sie sich willentlich dem verführerischen und betrügerischen Geist Satans. Epheser 2, Vers 2 Noch wichtiger ist, dass Adam, stellvertretend für seine Nachkommen, die Menschheit vom Zugang zu Gott und seinem Geist abschneiden würde, indem er von diesem falschen Baum nimmt. Das ist der Weg, den Adam wählte. 1. Mose 3, 22 und 24 erklären das Ergebnis von Adams rebellischer Entscheidung. Und Gott, der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ Lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. Hier sehen wir, dass es in dieser Geschichte um viel mehr geht als um Bäume. Vom Baum des Lebens zu essen, hätte Adam ewiges Leben gegeben. Gott bot Adam das ewige Leben nicht durch einen Obstbaum an, sondern durch seinen Geist, dargestellt durch den Baum des Lebens. In Römer 8, 10 wird Gottes Geist sogar als Leben bezeichnet. Dieses geistliche Leben kommt nur als Geschenk von Gott, wie wir von Römer 6, Vers 23 wissen. Aber Adam lehnte dieses unglaubliche Geschenk ab und aß stattdessen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dem Baum des menschlichen Denkens. Als er das tat, sprach Gott ein Urteil über die Menschheit im Allgemeinen aus. Und Herbert W. Armstrong beschrieb dieses Urteil am besten in seinem Buch Geheimnis der Zeitalter. Und ich möchte Ihnen hier ein Zitat von diesem Buch geben. Als Adam seine schicksalhafte Entscheidung traf, sagte Gott in der Tat, Ihr habt es so haben wollen, für euch selbst und für die Welt eurer Nachkommen. Ihr habt mich als Quell der Grunderkenntnis verworfen. Ihr habt meine Kraftquelle des Heiligen Geistes verworfen, gerecht zu leben. Ihr habt gegen mein Gebot und gegen meine Ordnung rebelliert. Ihr habt den nehmenden Weg Satans gewählt. Deshalb verurteile ich euch und die Welt, die ihr Zeugen werdet, dazu 6000 Jahre von Gott getrennt und ohne seinen Geist zu sein, ausgenommen die paar, die ich eigens berufen werde. Und diese wenigen werden zu besonderen Aufgaben berufen werden, die das Reich Gottes vorbereiten. Diese werden tun müssen, worin du versagt hast, Satan zu überwinden, seine Wege abzulehnen und ihnen zu widerstehen und den Wegen meines geistlichen Gesetzes zu folgen. So geh nun hin, Adam, du und deine Nachkommen, die ihr die Welt gestaltet werdet. Sammelt eure eigenen Erkenntnisse. Entscheidet für euch selbst, was gut und was böse ist. Bringt eure eigenen Bildungssysteme hervor. Eure eigenen Mittel. Wissen auszubreiten, irregeleitet von eurem Gott Satan. Formt eigene Gottesbilder, eigene Religionen, eigene politische Systeme, eigene Lebensstile, eigene Gesellschaftsformen und Kulturen. In all dem wird Satan eure Welt verführen, mit seiner Haltung der Ich-Bezogenheit, der Eitelkeit, der Wollust und Habgier, der Eifersucht und des Neids, des Konkurrierens und Haderns, der Gewalt und der Kriege, der Auflehnung gegen mich und mein Gesetz der Liebe. Hat nun die Welt eurer Nachkommen die Erfahrung von 6.000 Jahren des menschlichen Leidens, der Angst, Frustration, Niederlage und des Todes gesammelt? Und ist sie zu der Erkenntnis gekommen, wie hoffnungslos die Lebensweise ist, die ihr gewählt habt? Dann werde ich eingreifen. Mit übernatürlicher göttlicher Macht werde ich die Weltherrschaft übernehmen. Durch Umerziehung werde ich eine glückliche Welt des Friesens schaffen. Allen, die bereuen, werde ich dann das ewige Heil anbieten. Nach Ablauf von 1.000 Jahren in dieser glücklichen Welt, die kommen wird, werde ich alle vom Tod zum irdischen Leben auferwecken, die in den bisherigen 6.000 Jahren als Unberufene gestorben sind. Dann wird ihr Gericht kommen und auch sie erhalten, wenn sie bereuen und glauben, die Chance auf ewiges Leben. In den 6.000 Jahren Gottferne werden sie noch nicht in Ewigkeit gerichtet. Allerdings, was sie zu Lebzeiten sehen, das werden sie ernten. Aber wenn ich ihnen das ewige Heil zugänglich mache, wird kein Satan mehr da sein, der sie hindern oder verführen könnte. Kein Satan, den sie überwinden müssten. Die wenigen, die in diesen 6.000 Jahren berufen wurden, müssen sich gegen Satans Einfluss wehren und ihn überwinden. Aber diese Überwinder werden dann mit mir auf meinem Thron sitzen und unter mir Macht haben, alle Nationen unter meiner Oberherrschaft zu regieren. Nun, sie finden es vielleicht erstaunlich, dass jemand so viel aus dem Bericht über den Garten Eden ableiten kann. Aber Herr Armstrong hat diese genaue Beschreibung dessen, was vor 6.000 Jahren geschah, direkt aus der Bibel. Wir schicken Ihnen ein Exemplar von Geheimsjahrzeiter dazu, damit Sie Gottes Heilsplan noch detaillierter studieren können. Das Buch ist auf Ihre Anfrage hin kostenlos. Nun, Herr Armstrong bezeichnete diese 6.000 Jahre als Lektion, die der Mensch durch seine eigene Erfahrung aufnimmt. Er bezeichnet sie als Aviationstherapie. In einigen Kliniken wird diese Therapiemethode immer noch angewendet, um Menschen bei der Überwindung von Abhängigkeiten zu helfen. Wenn jemand zum Beispiel Alkoholiker ist, wird er gezwungen, so lange Alkohol zu trinken, bis ihm so schlecht wird, dass er nie wieder etwas trinken möchte. In gewisser Weise ist das, was Gott mit dieser Welt tut. Er zwingt uns zwar nicht, den Weg des Satans zu gehen, aber er erlaubt uns, unseren Geist mit Satans Lebensweise zu füllen. Gott lässt es zu, dass wir diese gegenwärtige böse Welt verabscheuen und hassen. Er lässt zu, dass der Mensch seinen eigenen Weg geht, damit er die Früchte seines Lebens sieht. Eines Lebens, das gegen Gottes Gesetz der Liebe verstößt. Bis jetzt hat die Menschheit im Allgemeinen jedoch keine Anzeichen dafür gezeigt, dass sie die Lektion, die Gott zu erteilen, versucht lernen wird. Das liegt aber nur daran, dass wir uns weigern zu sehen, wohin unser derzeitiger Kurs führt. Wir haben Gottes inspiriertes Wort abgelehnt, das uns das Ergebnis klar und deutlich vor Augen führt. Die Übel unserer heutigen Generation sind denen zur Zeit nur nicht unähnlich. In 1. Mose 6, Vers 5 heißt es, dass alle Gedanken des Menschen immer nur böse waren. Die Bibel prophezeit, dass dieselben unmoralischen Zustände in dieser Endzeit weit verbreitet sein würden. Aber wie in den Tagen Noas, so wird es auch sein während des Kommen des Menschensohns. Zu Noas Zeiten spotten die Massen über Gottes Warnungen, bis die Fluten kamen und sie alle mit sich rissen. Das wissen wir von Matthäus 24, in den Versen 37-39. In dieser Endzeit wird die Mehrheit der Menschheit Gottes Warnbotschaft wieder ins Lächerliche ziehen. Aber das wird am prophezeiten Ausgang nichts ändern. Denn es wird eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen werden jene Tage verkürzt werden. Das sagt uns Matthäus 24, die Verse 21-22. Dies wird das Endergebnis der Rebellion des Menschen gegen Gott sein, die vor fast 6000 Jahren im Garten Eden begann. Wenn die große Trübsal über uns gekommen ist, wird die Menschheit die Ergebnisse ihres 6000-jährigen Experiments gesehen haben. Die Früchte des Alleingangs ohne Gott werden sich langsam bemerkbar machen. Schließlich wird der Mensch all die Übel und Leiden satt haben, die er über sich selbst gebracht hat. Schließlich wird der Mensch nach Gott und seiner Art zu leben suchen wollen. Die Lektion in Aversionstherapie wird ihren Zweck erfüllt haben. Jesus wird auf diese Erde zurückkehren, Satan von seinem Thron stürzen und an alle Nationen mit Gottes Regierung der Liebe regieren. Die wenigen, die in diesem Zeitalter auf Satans Welt herausgerufen wurden, werden darauf vorbereitet sein, Christus persönlich bei der Familienregierung Gottes zu unterstützen. Dann endlich wird Gott jedem Menschen, die jemals gelebt hat, die Rettung, die Erlösung anbieten. Und wie immer möchte ich Sie kurz auf unsere kostenlose Literatur aufmerksam machen am Ende dieses Programms. Sie können unser Buch Geheimnis der Zeitalter von Herbert W. Armstrong kostenlos beantragen auf unserer Webseite dieposaune.de Sie können dort unter der Literaturleiste die Literatur in Ihren Wagenkorb legen und kostenlos bestellen, bei dem Sie einfach Ihre Adresse eingeben. Alternativ gibt es immer die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken an info.dieposaune.de Das ist info.dieposaune.de oder wenn Sie bevorzugen, uns telefonisch zu erreichen, haben wir vor kurzem eine europäische Telefonnummer für Sie eingerichtet, die Sie zu sehr günstigen Preisen erreichen können, aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Telefonnummer ist 0032 28 08 88 30 Das ist 0032 28 08 88 30 Sie können diese Telefonnummer auch auf unserer Webseite dieposaune.de finden, indem Sie auf unsere Kontaktleiste klicken und sich dort die Kontaktinformationen anschauen. Also, lassen Sie uns wie immer bis zum nächsten Mal allen nach streben, vollkommener von jedem Wort Gottes zu leben.